Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Skyblock Jetzt endlich wieder mit OBS aufnehmen Ähm, die letzte Folge, ich weiß nicht was Okay Äh, was das für ein Fakt-Bug war, dass meine Audiospur nicht angenommen wurde. Ich hab zwischendurch noch einen kurzen Cut gemacht einmal Und, ähm Ja Trotzdem wurde Also ich hab nachgeguckt, ob die Audiospur funktioniert Und eigentlich wurde mir angezeigt, ja, Audio wird aufgenommen Dies, das, deswegen dachte ich mir so, ja okay, alles fresh Cool Äh, aber irgendwie Wurde Die Audiospur doch nicht mit aufgenommen Nur der Game-Sound halt und dann Sollte ich das vielleicht, ich sollte das vielleicht Nicht direkt neben dem Schild machen Äh, wo pack ich die Lava hin? Scheiße Ähm Ich mach das da hinten einfach Äh, ja Ja, und deswegen, ja Scheiße gelaufen Dass die Audiospur halt nicht mit aufgenommen wurde Ich find's auch echt verdammt scheiße Aber was soll man machen? Ist halt jetzt so Kann man nicht ändern Habt ihr, hattet ihr halt eine vorgespulte Folge Aber ich denke, das war Jetzt auch nicht so Mega schlimm, oder? So, dann brauch ich Ich brauch noch mal Wasser Fuck Äh, noch mal Wasser holen Okay Also noch mal nach da hinten rennen Ich will mich jetzt den Pool bauen Beziehungsweise den kleinen See Ähm Ne, da runter, genau Den kleinen See, äh, den kleinen See bauen Damit wir, ähm Ja, erst mal ein bisschen angeln können Auch noch, genau Das müssen wir auch noch machen Und außerdem Das krieg ich nicht hin, oder? Doch, vielleicht? Nein Jetzt denke ich mir Was ist das? Warum? Ähm Einen kleinen See bauen können Haben wir die Mission abgehakt, sag ich mal Und Außerdem Ähm Ja, angeln, damit wir Fisch bekommen Dann haben wir das nämlich auch Fertig gemacht Und Und Ja Wir brauchen echt eine neue, unendliche Wasserquelle irgendwo Ich muss die irgendwie Ja, wenn wir oben den See haben Freue ich mich schon Dass wir da endlich die unendliche Wasserquelle auch haben Und Nicht mehr ständig da Runterrennen müssen Auf jeden Fall, ja, ähm Genau Den See bauen Angeln Dann haben wir zwei weitere Missionen auch noch mal abgehakt Wie, äh Wie wollte ich das denn machen? Ich wollte das nämlich, ähm Jetzt anders machen Den Balken können wir eigentlich hier drin lassen, würde ich sagen Dass wir aber den See an sich Ich hab noch Slaps, das ist super Dass hier Zaun hinkommt Moment Hier kommt Wasser hin, ne? Genau, hier kommt das Wasser hin Kann ich schon mal hinstellen Zack, Wasser Können wir das hier so lassen Hier auch Hier auch Und Von dort aus Slaps hab ich hier Genau Zack, zack, zack Zack, zack Von hier aus kann man dann später noch so mit, ja Mit da Dings Holzgitter hier durchgehen Dann kommt man Können wir hier so einen kleinen Weg lassen Damit man hier halt so Sich hinstellen kann Hinstellen Dann kommt hier Wasser hin Überall Jetzt wird das langsam ein bisschen dunkel hier, ne? Machen wir hier ein paar Fackeln hin Ein paar mehr So Hier auch nochmal eine So Äh, hier kommt kein Weg mehr, genau Der Weg geht nicht ganz außenrum einmal um Pool Sondern einfach nur Ja, einmal Hier an der Seite lang Damit man halt so eine kleine Fläche hat Jedenfalls, wo man lang gehen kann Wo man sich hinstellen kann Und Angeln kann Habe ich mir so gedacht Und ja Zack Und einmal Zack So, ähm Corbiston haben wir hier Müssen wir auch noch Hier Genau Das hier bauen So, dann kann ich das Wasser erstmal wieder wegnehmen Zack Ich will da unten auch Stein haben Das ist vielleicht ein bisschen Steinverschwendung Aber egal Ach, komm Zack, zack Dahin, dahin Und dann müssen wir da noch ein Holz hin klatschen Nochmal Irgendwie Damit Ja Das ein bisschen besser aussieht Weil so können wir das ja nicht lassen Dass da ein Stein steht, oder Das können wir nicht Ja, das können wir nicht machen Das können wir definitiv nicht machen Zack So, ähm Ja, wo Warte, warte, warte Jo, dann kann man das nämlich Noch anders machen Ne, ich glaube wir müssen das ein tiefer machen, oder? Ich glaube wir müssen das noch ein tiefer machen, ja Ein tiefer, bitte Zack So, nice, okay Okay, okay, okay So, hab ich da Da kommt der Stein, genau Zack Ja, nicht zwei Ich hasse diese Maus langsam, ne So langsam Regt die mich immer mehr und mehr auf Aber bald ist es ja Hä, ich hab doch Steine in der Hand Habe ich denn da einen Slap hinstellen können? Äh, ja Bald ist es ja vorbei Dann habe ich bald endlich mal meine neue Maus Hoffentlich Ich werde mir auf jeden Fall, wenn ich Geld habe Ist ja bald Bald kriege ich wieder Geld Ähm Ja, da werde ich mir unbedingt eine neue Maus holen Ich denke mal, das kommt zu Von durch, äh, durch zu viel Lolzocken Dass meine Maus so rumspackt Dadurch, dass ich da Ja, die linke Maus haste Ziemlich oft vergewaltige Die rechte, meine ich Rechte Maus haste, genau Ähm Ja Ja Ich glaube, das kommt daher Aber egal Ist es halt so Kann man jetzt nicht ändern Aber die Maus ist auch schon Jahre alt Oh, ja Wow Warte mal Wie, wie viele Jahre sind die alt? Locker vier, fünf Jahre? Kommt hin Locker Ich habe die Maus Lllllllll Ich glaube sogar länger, als ich den Rechner habe Ja, ich glaube schon Das ist jetzt locker Ah Fünf Fünf, vier, fünf Jahre her Würde ich sagen Vier, fünf Jahre besitze ich schon diese Maus Das ist krass Das ist echt krass Wenn man mal so überlegt, ey Heihei Ich weiß noch nicht, ob wir Den Rand auch nochmal Mit Stein Besetzen Oder da irgendwie nur Zaun hin Da Zaununterklatschen wäre auch ganz cool, oder? Da So Zaununterklatschen Ja, ich denke das ist jetzt geil Ich weiß noch nicht genau Als erstes mal kommt das hier weg Naja, wir brauchen dann nochmal zwei Holz Genau Und Ja Dann Würde ich sagen Craften wir mal kurz ein paar Holzzäune Aber auch aus dem Holz hier Ähm So Nein Äh War das so? So war das, ne? Ne, das sind Gitter So war das Ich bin Begeistert Von mir Unglaublich Wuhu Haben wir halt ein paar neue Holzfalltüren So Brauchen wir auf jeden Fall noch Würde ich sagen Gut Wie mache ich denn das jetzt? Mache ich das einmal so Dann einmal kurz hier blocken Damit ich das so machen kann Jetzt haben wir den Block wieder weg Und das wieder hin Super Perfekt Zack Ja Okay Ähm Ähm Was soll ich sagen? Genau, vier, fünf Jahre alte Maus Ist ja schon eine Zeit, ne? Und ich meine, ey Okay, die hat 80 Euro gekostet Eigentlich sollte man da mehr erwarten Aber Ach Egal Ist ja Trotzdem Voll in Ordnung So Die hat ziemlich lange gehalten, finde ich Ziemlich lange hat sie gehalten So 39 Zaun Dürfte reichen Wenn das jetzt nicht reicht, dann Dann, dann, nee Weiß ich nicht Ähm Ich soll noch mal ein bisschen Ja, davon haben wir kein Holz mehr Scheiße Wir haben da sogar noch mehr Birkenzaun Ja, ist richtig Scheiße Hätte ich gar nicht so viel machen müssen So Wir brauchen noch nur ein Gitter Das ist super Das ist perfekt 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 Ähm Ja Für eine 80 Euro Maus Hat sie echt lange gehalten Und irgendwie Die Maus ist halt auch mega gut eigentlich Finde ich persönlich Zack Äh, machen wir mal Äh, machen wir mal Geht das? Darauf? Nein Shit Zack und zack Wackel und Wackel Ist super Das, das ist super No, so Hier noch die Umrandung machen Geht das? Ja, es passt Nice Das wollte ich jetzt nicht Ähm Soll ich auch die Axt benutzen dafür Ja, wäre auf jeden Fall von Vorteil Zack 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 Okay So So Perfekt 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 So Können wir jetzt alles ausfüllen Einmal Dafür muss ich Ich muss den Shader Dafür einmal ausschalten Wieder Damit ich halt sehe Wo ich was eingeplantet habe Und wo nicht Dort Hinten hin Bitte Irgendwo da Den mache ich mal weg Genau Äh Wasser Hier hin Nochmal Wasser Dahin Perfekt Und einmal dahin Dorthin Dorthin Und dorthin Und Ja Perfekt Nice Schön So Shader wieder anmachen Tschökepik Ich mag den Shader irgendwie Irgendwie ist der echt Er ist gut Ich mag ihn Zack Es reicht Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus so Aber Egal Ich finde das geht so Ich finde das geht so Machen wir das aus Den Slabs Ich weiß es nämlich nicht genau Aber wenn dann ein Weiter oben Zack Und ich glaube wir machen das anders Das war zu weit oben So dann können wir nämlich Hier hin So So Kann man hier unten durch Nee ne Ja okay Dann können wir das so nicht machen Scheiße Außer wir machen das noch ein höher Außer wir machen das wirklich noch ein höher Kann man da unter eigentlich wieder durch Oder ja Dann dürfte man da unter wieder durch können So Aber nicht Aber dann von da aus so So Dann hat man hier Kann man hier Lang Ah noch ein weiter Wir machen noch ein Länger So Das weg Das weg Und Zack Und zack Hier und hier Das dürfte Das dürfte in Ordnung so sein Dann kann man nämlich hier Sich so hinstellen Da so vielleicht ein bisschen Angeln Das brauchen wir nicht mehr Habe ich genug Faden für eine Angel dabei? Nee Hätte ich eine Angel machen können Mist Kann man sich hier so hinstellen Da angeln Oder Hier halt hinstellen Angeln Oder nach da angeln Irgendwo angeln Geht schon Brauche ich jetzt aber immer noch zwei Holz Genau die zwei Holz kann ich auch nochmal schnell holen Muss ja eh eine Angel noch craften Noch mal ein bisschen was essen Nice Zack So was können wir hier dann wieder hinstellen Hinbringen Hinpacken Die Falltüren Die Zäune Dann Na gut Die Dings Nein die kommen Dort rein Äh ja Bruchstein und Slabs Das behalte ich mal 15 Slabs kann ich wieder wegpacken Dahin Zack Haben wir noch Ne haben wir nicht Okay wir haben nichts mehr da drin Okay Eigentlich kann ich das Essen auch mal Ich mache Ich verbrauche mal mein Brot und meine Äpfel Erstmal So nehmen wir mal Noch zwei Faden mit Können wir hier uns auch schon Nein können wir nicht Denn wir haben glaube ich nicht genug Sticks oder Ne Das muss Ich glaube So und dann hier oben noch ein Stick Ich glaube so machen wir eine Angel Ich bin mir nicht sicher Aber ich glaube das war so Es kann sein Dass ich mich irre Höchstwahrscheinlich ist es so Dass ich mich irre Aber egal Zwei davon Nehme ich nochmal hiervon ein bisschen was mit Damit ich ein bisschen Holz habe Damit ich mir noch ein paar Sticks machen kann Perfekt Perfekt Dann Einmal eine Angel So nicht So perfekt Eine ungerade Anzahl an Sticks Oh mein Gott das kann nicht sein Das kann nicht sein Oh mein Gott Egal Wir nehmen schon 16 Minuten auf Was Ich meine was Schon 16 Minuten aufnehmen Was Krass So Schön Das sieht Schick aus Das ist vielleicht Ein bisschen anders Ein bisschen doof Aber Ich glaube das geht so Ich glaube das geht so Dann würde ich sagen Yeah Ich glaube das muss zwei tief sein oder Hm Dim 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 Dö 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 Was war das für ein Geräusch Einige Scheiße Hä Stimmt das haben wir ja schon repariert oder fertig gemacht Ne Genau Was war das Was Tio Helle War das So Aber ich glaube Ich glaube das geht echt so nicht oder Da haben wir glaube ich einen zu kleinen Pool Aber Dann würde ich sagen Ändern wir das wieder Das hier Kann weg Alles Brauchen wir noch Leiter Um wieder raus zu kommen Hier aus dem Pool Würde ich sagen Stimmt Machen wir den Weg nämlich doch Hier hin Ich meine irgendwie muss man ja auch aus dem Pool wieder rauskommen Ne So aber jetzt geht das ja nicht Obwohl das kann man eigentlich hier machen So und dann kommt man hier wieder raus Yeah Passt perfekt Ist super Ich finde es super Können wir nochmal Ne das geht gar nicht Stimmt Wir brauchen dafür Stein Ach Egal Dann bringe ich noch schnell die Sachen weg Und dann würde ich sagen Müssen wir demnächst mal einen richtigen See bauen Wow Weil ich auch schon richtig viel Lust habe Ich habe so richtig Richtig Lust Ich bin so richtig motiviert Um so einen richtigen fetten See zu bauen Ja Hört man ne Hört man raus An meiner Stimme Auf jeden Fall Auf jeden Fall Wo machen wir den denn hin Ich habe keine Ahnung Wo wir den hin machen sollen Vielleicht hier so Auf der anderen Seite auch noch einmal runter So Also Halt hier Noch einmal mit den Leitern runter So dass wir Hups Einmal hier die Farm haben Kann ich jetzt mal Bitte Dort rauf landen Danke Äh und dort an den See irgendwie Hätte ich jetzt so gedacht Braucht man aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr Cobblestone Ich weiß es nicht genau Mann Maus Ja ich glaube das machen wir Hier nochmal den Weg runter Ich habe ja noch ein paar Leitern Dann kann ich die Leitern schon mal setzen Machen wir den auch aus Cobblestone Oder machen wir den aus Ganz normalem Stein Das wäre auch mal eine Idee Ich glaube wir machen den aus normalem Stein Normalem Stein So wie tief habe ich denn das So Moment Zack Okay Super Das passt Das passt Machen wir die Plattform Wird schon so gehen Wird schon irgendwie so gehen Aber ich glaube wir machen das aus normalem Stein Ups Äh haben wir noch normalen Stein Ja Aber nicht mehr so wirklich viel Dann brauche ich Habe ich nochmal Kohle hier irgendwo Ich glaube nicht ne Doch da habe ich noch sieben Kohle drin Dann noch vier Nochmal sieben Nochmal drei Kann ich mal Eine Kohle Fackeln um Wir ändern noch Und So wir brauchen Acht Kohle für Für den Cobblestone Stack oder Eine Kohle hält für acht Ja 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Acht Cobblestone Habe ich nochmal vier Kann ich hier nochmal einen halben Stack Drin Braten Dann dürften wir aber auch genug Stein haben Denke ich Ich denke das dürfte reichen Ja Gut Leute dann würde ich sagen Wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder Das waren meine Hände Aua Haut Da rein Das ist